Liebe Freunde, wir schauen hier direkt in Bottrop auf die Demonstration gegen rechts da von Schülern von verschiedenen Schulen. Und ich habe erst vor kurzem ein Video gemacht über so eine Demo gegen rechts in Berlin, wo auch Schüler auf die Straße gegangen sind. Ja, sie behaupteten freiwillig und damals habe ich ja nur auf meine Vermutung rausgehauen, dass das Ganze gar nicht so freiwillig ist. Und der Rektor hat ja damals auch gesagt, das wäre alles von den Schülern organisiert und auch das habe ich bezweifelt. Und jetzt zu dieser Bottrop-Demonstration habe ich mehr Informationen. Und da habe ich sogar ein Schreiben von der Schule, das meiner Meinung nach beweist, dass die Schüler dazu mehr oder weniger gezwungen oder besser gesagt genötigt wurden. Also man kann das sicherlich rechtlich nicht angreifen. Ich bin kein Jurist, das müsste sich mal ein Jurist anschauen. Aber ich denke, das ist rechtlich wahrscheinlich schon in trockene Tücher gepackt. Aber da steckt so ein Druck hinter Gruppenzwang und so weiter und so fort. Wir schauen uns das gleich an. Was hat die WAZ zu dem Ganzen hier geschrieben? Oder besser gesagt, hier haben wir ja noch ein Bild. Das ist wohl aus... Ja, das hier ist ein Bild aus der WAZ. Das wurde mir auch zugeschickt. Aber wir gehen mal hier auf den WAZ-Artikel. Und da steht ja schon Demo mit 5000 Schülern. Eine beeindruckende Szenerie. Jetzt soll man den Artikel hier natürlich auch noch kaufen von dem Schmierblatt hier. Und da sehe ich überhaupt nicht ein. Ich werde diese Hetz-Medien nicht finanzieren. Und ich kann nur jedem von euch raten, wenn ihr ein WAZ oder sonstiges Abo der Systemmedien habt, dann kündigt es bitte. Weil die haben keinen Pfennig Geld verdient für dies Gehetze und diesen ganzen Schwachsinn, was die hier schreiben. So, heißt es 5000 Schüler haben für Toleranz und Demokratie demonstriert. So, jetzt können wir natürlich den Artikel nicht lesen. Aber da wird sicherlich drittsteht freiwillig und von der Schülerschaft und sonst was alles. Ja, egal. Wir gehen jetzt hier erstmal direkt auf das Schreiben der Schule. Handelt sich hier um das Heinrich-Heine-Gymnasium. Da werden wir aber gleich noch lesen, dass da mehrere Gymnasien oder mehrere Schulen halt involviert sind. Da sollte so ein Sternmarsch da zum Rathaus oder wohin da stattfinden. Und wir scrollen mal hier so ein bisschen ran. Und dann steht hier Sternmarsch für Demokratie, Toleranz und kulturelle Vielfalt am 12.03. Elterninformationen. Dieses Schreiben ging also an die Eltern raus. Und ja, über besorgte Eltern kam das Ganze ja dann auch zu mir mit der Bitte, das Ganze hier mal zu veröffentlichen. Weil sich die Eltern und auch die Schüler nicht trauen, solchen staatlichen Schreiben zu widersprechen. Und wo sind wir in Deutschland angekommen, dass unter der Hand hier solche Zettel weitergegeben werden und gesagt haben, hör mal, wir sind damit nicht einverstanden. Kannst du das bitte mal so ein bisschen an die Öffentlichkeit bringen, weil wir können nichts sagen, wir können uns nichts erlauben, sonst haben unsere Kinder Nachteile oder wir werden da komisch angeguckt. Also ekelhaft, wie die Situation sich in Deutschland so krass verändern konnte, dass man nichts mehr gegen solche Sachen machen kann. So, dann startet das Ganze, liebe Eltern. Zum Glück ist Eltern da schon nicht gegendert, also das wäre ja noch krankhafter. Als Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, haben wir am Heine uns verpflichtet, uns gegen alle Formen von Diskriminierung und Rassismus und für ein gewaltfreies und respektvolles Miteinander einzusetzen. Die in den letzten Wochen bekannt gewordenen demokratiefeindlichen Pläne beunruhigen uns. Auch an unserer Schule haben die Pläne eine große Anzahl von Menschen mit Migrationshintergrund abzuschieben und auszuweisen Verunsicherung und Misstrauen erzeugt. Und bei vielen Kindern auch für Ängste gesorgt. Deshalb wollen und müssen wir hier ein Zeichen setzen. Liebe Heinrich, liebes Heinrich-Heine-Gymnasium, liebe Verantwortlichen des Heinrich-Heine-Gymnasiums, ich dachte, ihr seid schlaue Menschen, ihr sollt doch unsere Kinder zum Recherchieren, zum Selbstdenken anleiten. Und dann seid ihr nicht in der Lage, am 23.02., auf das dieses Schreiben datiert ist, war schon völlig glasklar, die Korrektivberichterstattung über dieses sogenannte Geheimtreffen in Potsdam war schon längst als Lüge vom Korrektiv, einem staatlich finanzierten Recherchenetzwerk, wie auch immer, eher Propaganda-Institut. Die haben da einen Bericht geschrieben, die Systemmedien sind darauf aufgesprungen, haben daraus Wannsee-Konferenz gemacht, Deportation gemacht, alles gelogen, mittlerweile alles eidesstattlich zurückgenommen vom Korrektiv, die sind komplett zurückgerodert. Das war alles erstunken und erloben. Und diese Lehrer des Heinrich-Heine-Gymnasiums da sind immer noch nicht in der Lage, diese Lüge zu erkennen und gehen für eine Lüge demonstrieren. Nötigen da die Kinder zu so einer Demo zu gehen, auf Grundlage einer Lüge, einer absoluten Lüge, anstatt diesen besorgten Migrantenkindern die Wahrheit zu sagen und zu sagen, hör mal, macht euch mal keine Sorgen, solange ihr hier in Deutschland euch an die Gesetze haltet, solange ihr in Deutschland euch nicht zu Schulden kommen lasst, ihr euch vernünftig verhaltet, dann droht euch überhaupt gar keine Gefahr. Die AfD hat nie gesagt, wir ziehen jetzt x-beliebige Migranten hier raus oder wir nehmen irgendeinem den deutschen Pass weg und schmeißen den raus, einfach nur so. Es ging um Straftäter und das kann dieses Heinrich-Heine-Gymnasium, das können die ganze Lehrerschaft, sind die so unfähig, das nicht zu erkennen, ich kriege schon wieder einen Hals, wenn man auf so Lügen aufbaut, kann man doch überhaupt nichts Positives in der Gesellschaft schaffen. Da schafft man doch erst die Spaltung zwischen diesen Migrantenkindern und der deutschen Bevölkerung, denn die Migrantenkinder denken, ja die Deutschen wollen uns rausschmeißen, obwohl das doch gar nicht stimmt. Gemeinsam, wir lesen lieber weiter hier, gemeinsam mit dem Josef-Alberts-Gymnasium der Janus-Korsak-Gesamtschule, ich kam ja aus Gladbeck, hier sind Kirchen die Ecke, ich kenne mich in Bottrop da an den Schulen nicht ganz so gut aus, aber ich glaube, dass Janus-Korsak, die Gesamtschule, die war damals schon ein sehr berüchtigter Ort, sage ich mal, nicht was Rassismus angeht, sondern genau das Gegenteil, was eigentlich deutsche Opferkloppen angeht, meine ich. Ich weiß nicht, wer aus Bottrop kommt, gerne aufklären. Wie gesagt, ich komme aus den Nachbarstädten, aber der Name von dieser Schule ist mir so ein bisschen im Gedächtnis geblieben. Ja, haben verabredet, einen Sternmarsch mit anschließender Kundgebung am Rathaus zu veranstalten, unter dem Motto Demokratie, Toleranz, kulturelle Vielfalt, für ein friedliches Miteinander an den Schulen Bottrops. So, und der Satz für ein friedliches Miteinander an den Schulen Bottrops, der kann nur erstunken und erlogen sein, denn ich hatte in meiner Ausbildung damals auch Leute aus Bottrop in meiner Ausbildungsklasse, unter anderem Fußballer, und die haben mir erzählt, wie es beim Fußball an Bottropper Schulen abgeht. Mord und Totschlag waren damals schon da. Es ging damals schon um Vergewaltigung von Mädchen. Und wenn ich jetzt überlege, das ist ja jetzt auch schon 20 Jahre her, das heißt, die Entwicklung hat ja stattgefunden, und wir merken ja, was früher alles nur kleine Hotspots, kleine Ballungszentren von Problemvierteln waren, hat sich ja ausgeweitet. Und dementsprechend kann ich nicht glauben, dass ein friedliches Miteinander an Bottropper Schulen überhaupt stattfindet. Und da geht es nicht. Wir reden hier nicht um Rechtsextremisten. Die gab es schon damals in Bottrop vielleicht eine Handvoll, vielleicht. Wenn überhaupt. Ich wüsste jetzt gar nicht, sag ich mal, großartig von Rechtsextremisten aus Bottrop. Aber lass es eine Handvoll gewesen sein zum damaligen Zeitpunkt. Und die rechte Szene, diese gewaltbereite rechte Skinner-Szene oder wie auch immer sie hieß, die damals in den 90er und 2000er Jahren ja noch vorherrschte und auch wirklich da auch Gewalttaten verübt hat, die gibt es doch überhaupt nicht mehr. Die haben sich doch alle aufgelöst und sind verschwunden. Also, wie gesagt, für ein friedliches Miteinander an der Stadt Bottrop. Also das ist schon erstunken und erlogen. Und naja, auf jeden Fall wollen diese ganzen Schulen ein Zeichen setzen. Hier dann Start und Zielpunkt. Wir am Heine beginnen die Kundgebung für Demokratie um 11 Uhr auf unserem Schulhof. Da bereiten sich die Schüler der AG Demokratie lernen. Eine gemeinsame Aktion vor. So, das heißt, die haben eine AG Demokratie lernen. So, das heißt, da sitzt irgendein Lehrer, der nicht in der Lage ist, eine Korrektivlüge aufzudecken, aufzurecherchieren. Der sitzt da und hämmert den Kindern dieser AG, den Teilnehmern dieser AG, noch diese Lüge ein und zementiert das Ganze. Also, das ist schon eine AG. Da ist politische Einflussnahme hundertprozentig garantiert, weil die Lehrer waren ja mal meiner Zeit schon linksgrün. Und das wird sich auch nicht geändert haben. Und da kann ich mir schon vorstellen, wie so eine Demokratie lernen AG aussieht. Und ihr sicherlich auch. So, dann geht's weiter. Bitte geben Sie der Klassenleitung Ihres Kindes mit Rückgabe des unteren Abschnitts eine Rückmeldung, wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind am Sternmarsch und der abschließenden Kundgebung teilnimmt. Für Schüler, die nicht teilnehmen, wird es betreute Lernzeiten geben. Der Unterricht endet für diese Schüler gemäß Stundenplan. Eine Freistellung erfolgt nicht. Für Schüler des Jahrgangs 5 bis 7 endet die Veranstaltung an der Schule. Bei älteren Schülern, ja, die dürfen dann alleine gehen. Die Veranstaltung ist Polizei... Also, wir bleiben erstmal in dem Abschnitt hier, weil der hat es ja auch schon wieder in sich. Also, da wird dann gesagt, ja, die Eltern, wenn die das nicht wollen, dann müssen die diesen Zettel abschneiden. Das Kind muss den in der Schule am besten noch vor der ganzen Klasse vorne dem Lehrer übergeben und sagen, ja, ich darf da nicht teilnehmen oder ich will da nicht teilnehmen. So, und da kommt ja dieser Gruppenzwang zu tragen. Ich weiß das noch aus meiner Schulzeit. Da waren auch oft Schüler mit vielem nicht zufrieden und nicht einverstanden, haben sich aber nie gewährt, haben nie den Mund aufgemacht aus Angst, aus Respekt dem Lehrer gegenüber, weil man wird ja zur Hörigkeit erzogen in den Schulen. Und dementsprechend wird das für so ein Kind, das jetzt da wirklich nicht hingehen würde. Ich wäre so einer, ich hätte das auch damals durchgezogen, hätte gesagt, ich gehe da nicht hin. Aber ich habe da ja auch ein bisschen eine andere Persönlichkeit in der Hinsicht und mir wäre das egal gewesen, was die anderen gesagt hätten. Ich hätte mich da schon durchgesetzt. Aber für viele andere Kinder ist das halt einfach nicht. Die trauen sich nicht. Und so wurde mir auch berichtet, dass da gewisse Kinder nicht hinwollten, aber dann sogar, ja, mehr oder weniger von den Eltern gedrängt wurden, weil die sich wahrscheinlich auch gedacht haben, wenn mein Kind da jetzt nicht hingeht, was wirft das für ein Licht auf mich? Ja, schon beobachtet der Staatsschutz mich. Also da wird schon so ein bisschen mit Gruppenzwang in dem Artikel gespielt und unterschwellig natürlich. Und dann auch noch hier mit, es wird nicht freigestellt, sozusagen. Ja, ihr habt da nicht frei, sondern wenn ihr keinen Unterricht haben wollt, dann müsst ihr schon auf die Demo gehen. Ansonsten wird für euch Lernzeit arrangiert. So, da haben die Schüler schon auch keinen Bock drauf. Die wollen ja immer Freistunden haben. Und dementsprechend sind natürlich auch viele geneigt, gar nicht aus politischem Interesse an dieser Demo teilzunehmen, sondern einfach nur, weil sie dann nicht lernen brauchen. Kenne ich da auch noch aus der Schule. Hat doch keiner Bock, als Jugendlicher da zu lernen. So, und jetzt hier, jetzt kommen wir im Endeffekt zum Highlight. Die Veranstaltung ist polizeilich angemeldet und mit der Stadtverwaltung und der Schulaufsicht besprochen. Auch die Schulministerin und unsere Bürgermeisterin werden teilnehmen. Die Veranstaltung wird von allen Seiten ausdrücklich begrüßt. So, und der letzte Satz hat es jetzt wirklich in sich. Der ist wirklich mies. So, da wird gesagt, die Schulministerin kommt. Also hoher Besuch. Ja, da wird so ein bisschen, die Schulministerin, da ist so eine Aufmerksamkeit auf unsere Demo. Die Bürgermeisterin ist da. Die Veranstaltung wird von allen Seiten begrüßt. Und ja, von mir nicht. Von mir absolut nicht. Das ist eine absolute Lachnummer. Auf einer Lüge basierend, auf dieser Korrektiv-Lüge basierend. Und mit völlig falschen Tatsachen werden da die Schüler zu so einer Demonstration gedrängt. So, jetzt sind wir mal dieses Schreiben durchgegangen. Und ja, hier nochmal im Ganzen. Mein Puls ist auf 180. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Schreiben lest. Ich weiß nicht, wie viele andere Eltern betroffen sind, solche Schreiben von ihren Kindern vorgelegt bekommen. und vielleicht unglückliche Kinder haben, die da zu so einer Veranstaltung genötigt werden. Und dementsprechend, ich bitte euch, teilt dieses Video, um aufmerksam zu machen, wie diese Leute da vorgehen, wie manipuliert wird. Die Schule sollte eigentlich, ja, wertefrei sein. Oder wie sagt man so schön? Die hat halt, ja, wertefrei zu sein. Sie soll politisch nicht in eine Richtung drängen. Aber dieses Schreiben, diese Aktion zeigt ja ganz eindeutig, in welche Richtung da gedrängt wird. Und die Lehrer schrecken wirklich nicht zurück, da Lügen anzuführen und als Grundlage dieses Schreibens und dieser ganzen Demonstration zu nehmen. Kann ich nicht oft genug sagen. Liebe Freunde, ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen wieder mal sehen, wie dieses System hier funktioniert und wie wir an der Nase herumführen. Für Aufklärung könnt ihr sorgen, indem ihr dem Video ein Like gebt. Gebt gerne auch einen Kommentar unten drunter ab. Das ist alles gut für den Algorithmus. Dann teilt YouTube das Video. Ihr könnt das Video natürlich auch gerne untereinander noch teilen, per WhatsApp oder sonst wie. Abonniert den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Damit ihr ganz sicher geht, aktiviert am besten die Glocke. Dann kriegt ihr wirklich alle Videos angezeigt und dann können wir weiterhin solche miesen Machenschaften aufklären. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.